Wusstest du, dass Lehrlinge unter 18 keine Überstunden leisten dürfen? Die Normalarbeitszeit beträgt für Jugendliche unter 18 8 Stunden am Tag und 40 Stunden in der Woche. Diese Zeit sollte auf keinen Fall überschritten werden. Natürlich gibt es Ausnahmen, wonach Jugendliche länger arbeiten können. Zum Beispiel zur Erreichung einer längeren Wochenfreizeit. Kann Montag bis Donnerstag zum Beispiel die Arbeitszeit auf 9 Stunden ausgedehnt werden, der Freitag ist dann kürzer, somit erreiche ich ein längeres Wochenende. Solltest du dennoch Überstunden leisten müssen, ist es ganz, ganz wichtig, dass du diese bezahlt bekommst oder in Form von Zeitausgleich ausgeglichen werden. Und zwar mit einem Zuschlag von 50%. Das bedeutet, hast du eine Überstunde geleistet, musst du dafür 1,5 Stunden Freizeit bekommen. Jugendliche dürfen auch an Sonn- und Feiertagen nicht beschäftigt werden und es gibt ein Nachtarbeitsverbot, das heißt, dass du zwischen 20 Uhr am Abend und 6 Uhr in der Früh nicht beschäftigt werden darfst. Jetzt gibt es aber Ausnahmen, zum Beispiel für Jugendliche im Glasgewerbe, die dürfen ab 16 Jahren bis 23 Uhr beschäftigt werden. Um im Streitfall gewappnet zu sein, ist es ganz, ganz wichtig, dass du deine Arbeitszeiten selbst auch mitschreibst. Und zwar von Beginn bis zum Ende des Arbeitstages inklusive der Pausen. Wenn du Fragen hast zum Thema Arbeitszeit, melde dich jederzeit gerne bei uns in der AK-Jugend. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020